Musik Die Gemeinde Reit hat auch heuer wieder zum Umwelttag geladen, mit dem Ziel, die Straßen und Wegränder von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien. Neben verschiedensten Vereinen und Gruppen waren auch die Volksschule und der Kindergarten wieder mit viel Begeisterung dabei. Musik Nach getaner Arbeit hatten sich die Kinder, die von der Gemeinde und der Metzgerei Trixel und Streif gesponserte Jause, mehr als verdient. Musik Die Gemeinde Reit bedankt sich unter anderem auch noch bei den Eisschützen, bei der Feuerwehrjugend und einfach bei allen, die bei dieser Aktion mitgemacht haben. Der Umwelt und damit uns allen zuliebe. Musik 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 Musik